Ja, komm mal ein bisschen näher zu uns. Nee, das passt. Toll, lass es. Jetzt renn mal weg, renn mal weg und zurück zu uns her, ganz weit und schreien darfst er auch. Jetzt loben gescheit. Das setze ich auf YouTube, das ist nämlich hochinteressant auch für andere Leute mit Welpen. Toll. Ja, die Anna braucht einen Hund. Ne, leider. Anna, kannst du ein bisschen quer machen, damit man mehr vom Hund sieht? Ja, danke. Das war nicht gut. Mach es halt nochmal, wenn er es gefunden hat. Benno. Mach es halt nochmal, wenn er es gefunden hat. Dankeschön. Ja. Ja.